Gabel, Messer, Multiband. Gehört in keine Kinderhand. Los geht's. Herzlich Willkommen zu Musotalk, dem Music & Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich Willkommen zum Musotalk Special zum Thema Fabfilter. Heute ist wieder Benjamin bei mir im Musotalk Studio. Hallo Benjamin. Ich grüße dich. Du hast Fieses mitgebracht, nämlich einen Multiband Kompressor, wo wir doch wissen, dass der eine oder andere damit überfordert ist. Wie sieht es denn aus mit dem Plugin vom Fabfilter? Was muss man da tun, damit man da gute Ergebnisse erreichen kann? Genau, generell Multiband Kompressor ist ja ein Kompressor, der auf verschiedene Frequenzbänder einwirkt. Also kann man dann sagen, der Bass soll stärker komprimiert werden, die Mitten will ich gar nicht komprimieren oder und so kann man sich dann, man hat es meistens früher im Mastering benutzt. Es gibt auch einen anderen Begriff, das ist dynamischer EQ. Das heißt, man hebt einen Bereich an, einen Mittenbereich zum Beispiel, aber wenn zu viel mitten in dem Material schon sind, wird dann dieses Band wieder abgesenkt. Und Fabfilter hat sich dieses Themas dann auch angenommen und den Pro MB entwickelt und da auch wieder typisch Fabfilter A, das grafisch sehr schön gemacht und B, das Ganze zu Ende gedacht. Also Mitte-Seite- Möglichkeit, linearphasiger Modus und so weiter. Aber du hast jetzt schon viele Features erklärt. Das Problem bei dem Multiband Kompressor, deswegen haben wir auch diese Anmoderation gemacht, ist, dass es ein sehr komplexes Tool ist. Also meine Erfahrung ist immer, wenn man da zum Beispiel mal durch die Presets durchgeht und so, dann findet man kaum irgendwas, was gut funktioniert, weil man tatsächlich diesen Multiband Kompressor auch richtig einstellen muss, weil es eben ein Tool ist, was unheimlich viel kann, was sehr tief eingreifen kann, aber gar nicht so einfach ist zu beherrschen. Genau. Also man muss halt wissen, dass wenn er in einem Frequenzbereich zu viel wegnimmt und man den zu krass einstellt, zum Beispiel minus 12 dB in den Mitten, wird man das definitiv hören. Das heißt, die klangliche Balance, die man ja geschaffen hat vorher im Mix, wenn man es dann als Mastering-Plugin benutzt, verändert sich enorm. Deswegen haben wir ja diesen etwas witzigen Kinderreimen am Anfang gemacht, weil es tatsächlich so ist, dass wenn man sich damit nicht auskennt, man eher Sachen verschlimmbessert. Und man muss da wirklich sehr vorsichtig hervorgehen. Was gar nicht richtig schadet, ist, wenn man zum Beispiel einen Multiband Kompressor, verschiedene Bänder auf dem Masterbus macht und die arbeiten alle so bei minus 2 dB und gleichen quasi die klangliche Unausgewogenheit ein bisschen aus. Also sie helfen auch einen unausgewogenen Mix etwas zu nivellieren, führt aber auch dann dazu, dass das Ganze vielleicht am Ende des Tages zu sauber und zu aufgeräumt klingt und vielleicht zu glatt. Es ist eine andere Gefahr beim Multiband Kompressor. Wir gucken uns das jetzt mal an. So sieht der hier von FAB-Filter aus. Hier kann man verschiedene Bänder machen, die haben schöne Farben bekommen. Man kann diese Bänder verschieben, man kann einen weiteren hinzufügen, man kann diese entweder aneinander kleben lassen, die rutschen so aneinander oder die hier wieder auseinander nehmen. Dann kann man wirklich nur, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte hier wirklich nur einen ganz schmalen Bereich haben, kann man auch das so machen und der andere Bereich wird dann ausgeblendet. Hier sieht man ganz schön, wie dann der Crossover funktioniert zu den Bändern. Der wird dann automatisch eingestellt. Das liegt natürlich auch an den Einstellungen, die man in jedem Band vornimmt. Wenn man jetzt nur so einen einbandigen Multiband, dann ist ja kein Multiband Kompressor mehr, aber man könnte den jetzt auch nutzen, indem man nur ein Band nimmt und zum Beispiel als Deesser benutzt. Genau. Was ich ziemlich häufig mache, dann macht man das obere Band und benutzt es dann als Deesser. Ich zeige euch jetzt mal, ich habe hier so ein Drum-Loop-Beispiel mitgebracht und habe alle Möglichkeiten, die man mit dem Multiband Kompressor machen kann, eingebaut. Wir hören mal kurz rein und ich sage dann, was ich, was ich gemacht habe und wie. So, bisher hört man, sind nur der Hochton, das Hochton-Band und das ganz tieftönige Band ist aktiviert und zwar in dem Modus, wie man das kennt. Und zwar hier unten gibt es vier verschiedene Modi. Kompressor oder Expander und dann liegt es da, gibt es die Möglichkeit eines Downward Compression, also Abwärts Kompression. Dann zieht man die Range nach unten oder Upward Compression. Das ist dann die parallele Kompression. Zeige ich gleich alles. Schön, wie das dargestellt wird gleich. Genau, haben sie sehr schön gemacht. Und jetzt guckt noch mal, ich finde, wir haben jetzt zum Beispiel hier bei beiden einen Kompressor mit der Range nach unten, also ein Minus-Range. Das heißt, ich habe hier Höhen angehoben, aber wenn es durch den Snare-Schlag zum Beispiel Höhen gibt, werden die abgesenkt. Wir hören nochmal rein. Ganz schön gemacht, wie beim Equalizer von Webfilter ist, wir können uns die Bänder solo anhören und dann dementsprechend die Einstellung anpassen. Also erste Funktion, Abwärtskompression, das ist das, was wir unter Kompression verstehen. Kompression heißt, der Dynamikbereich wird komprimiert, verkleinert. Abwärtskompression heißt, wenn etwas zu laut wird, wird es leiser gemacht. Das heißt, von oben wird komprimiert. Die Transienten werden untergedrückt. Jetzt gibt es noch die, nee, sorry, das war Downward Compression. Abwärtskompression. Jetzt kommt die Aufwärtskompression, die aktiviere ich jetzt mal. Jetzt habe ich Compression und die Range nach oben gemacht. Jetzt macht er so, wenn Signale zu leise werden, werden sie angehoben. Also, was man auch mit dem Parallelkompression machen würde. Also einen parallelen Kompressor, der ganz stark eingestellt ist, der dann quasi immer das leise Material, weil ja die oberen Frequenzen abgeschnitten werden, immer hoch fährt. Das können ich euch mal zeigen. Das ist hier, wie wir spannend sind. Abwärtskompression, das wir so kennen. Ist Downward, sorry, das habe ich am Anfang vertauscht. Gut, gut, dass du aufgepasst hast. Genau, es ist ein bisschen, also genau, Downward Compression, Transienten, Abwärtskompression, das, was leise ist, ziehen wir nach oben und dadurch verkleinern wir auch die Dynamik. Genau, wir haben einmal das Ziel, dass wir sagen, hier ist unsere Schwelle, wir drücken von unten, da soll es nicht dagegen kommen. Und einmal ist es die Schwelle, wir sagen, okay, wir müssen das dahin schieben, dass es kommt. In beiden Fällen. Genau, einmal schiebe ich von unten runter, bis ich an diese Schwelle komme und hier ziehe ich es hoch, bis ich an die Schwelle komme. Genau, genau. Und hier haben wir das endlich geschafft. Hier haben wir das geschafft. Es wird aber noch komplizierter. Also hier ist es, wie gesagt, auch im Compression-Modus, aber die Range ist nach oben. Das heißt, jetzt sehen wir immer, wenn ein Schlag gewesen ist, dass dann das Material hochgezogen wird. Also man sieht das im Vergleich zum Lilanen, wo bei Anschlägen komprimiert wird, wird jetzt nach dem Anschlag hochgezogen. Und wenn die totale Stille ist, schiebt er das Band komplett hoch. Jetzt haben wir das nächste Band. Hier habe ich es jetzt auf Expander gestellt und eine Minus-Range eingestellt. Jetzt ist es so, expandieren. Expandieren heißt erweitern. Expansieren des Dynamikumfangs. Und das geht entweder, indem wir die leisen Anteile noch leiser machen. Also dann geht es Richtung Gate. Es gibt ja bei Gates auch die Möglichkeit, nicht komplett abzuschneiden, sondern einfach nur leiser zu machen. Das ist jetzt sozusagen der Downward, die Downward Expansion. Das zeige ich mal hier. Das heißt, Leisesignale werden noch leiser gemacht, was jetzt wie so ein Mittensauger klingt. Okay. 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 So würde ich es klanglich nicht gestalten. Das ist aber nur, um das mal zu zeigen, was das macht. Also es vergrößert den Dynamikbereich in diesem Band und zwar nach unten. Und hier ist eine Funktion, die ich sehr gerne nutze, ist es das Upward Expansion. Das heißt, jetzt wird der Dynamikbereich vergrößert, nicht indem wir die leisen leiser machen, sondern das habe ich schon mal beim Mixing-Tutorial gezeigt, dass wir laute Anteile lauter machen. Das heißt, wenn der jetzt einen Schlag von der Snare kriegt im Hochtonbereich, wird der Schlag jedes Mal, wenn der kommt, einfach noch mal verstärkt. Ah. Super Tool, um in einem Master, wenn man eine Stereo-Pfeile hat und die Kick ist immer zu leise. Aber der Bass ist eigentlich genug da. Und immer, dann sucht man sich den Frequenzbereich der Kick aus und macht da 4, 5 dB drauf. Immer wenn die Kick kommt und danach senkt er das wieder ab. Ah, cool. Und dann hat man, oder eine Snare kommt nicht richtig raus oder irgendein Element. Dann kann man das dadurch sehr schön machen. Insgesamt haben wir hier unten drei verschiedene Styles. Linear Phase, Dynamic Phase und Minimum Phase. Linear Phase heißt, erhält die Phase immer linear. Dynamic Phase heißt, wenn das Band zugreift, entstehen Phasen, aber wenn es nicht gerade zugreift, ist es linearphasig. Also es ist sozusagen dynamisch angepasst und Minimum Phase. Das ist dann quasi ja so der einfachste Modus. Also standardmäßig ist er in der Dynamic Phase eingestellt. Hier hat man noch eine Oversimpling-Möglichkeit für Mastering-Anwendungen. Und genau, das Hochtonband hatte ich ja schon erklärt. Wenn du den jetzt beim Mixen im einzelnen Kanalzug hast, produziert der viel Latenz. So etwas könnte man nicht in Echtzeit nutzen. Das kann man nur im Mixing. Es entsteht eine Latenz. Da müssten wir jetzt das neue Cubase 10 haben. Da gibt es nämlich jetzt eine Anzeige für die einzelnen Latenz. Das ist cool. Das gab es bisher nur bei Protus. Richtig. Und das gibt es jetzt auch bald. Das könnte ich dir dann genau sagen. Also alle linearphasigen Prozesse brauchen natürlich Zeit. Ganz schöne Latenz. Kommt mit dem Audiobuffer nicht mehr aus. Ganz, also ich benutze den Multiband-Kompressor jetzt, normalerweise macht man es ja im Mastering. Ich benutze ihn gerne aber auch auf der Stimme, um wie gesagt hier so ein paar Unausgewogenheiten auszubügeln. Oder wenn der Stimmenklang gut aufgenommen ist, dann möchte ich nicht, dass ein Bassbereich immer weg ist. Sondern immer nur dann, wenn der zu stark ist. Das lässt die Stimme natürlicher klingen, wärmer, voller. Und das habe ich jetzt hier bei der Stimme auch gemacht. Stimmt, das ist eine Alternative dazu, einfach zu sagen, radikal ab 80 oder 90. Alles weg, dann wird sie sehr schnell, unnatürlich und schlaff, die Stimme. Und das habe ich hier auch relativ zahm. Ich habe hier eine leichte Höhenanhebung. Aber dadurch, dass ich den Downward-Compression aktiviere, habe ich hier einen kleinen Deesser im Hochtonband. Und so hat man da die Möglichkeit, eine Stimme etwas schicker und edler und weniger processed klingen zu lassen. Was ich aber ganz häufig mache, ist dann in den Gruppen, dass dann meine Gitarren zum Beispiel hier den Multiband drauf haben. Im Bassbereich werden die jetzt intern getriggert. Das heißt, von den Gitarren, wir sehen das mal. Und dieser dumpfe Bassbereich wird hier... So, und jetzt habe ich hier oben Sidechain aktiviert. Und für diesen Band extern, auf extern gedrückt. Und die Vocals, die sind hier. Und bei den Vocals habe ich dann hier... Na, wo ist er? Da. Gitarren-Sidechain aktiviert. Das heißt, jetzt spielen meine Vocals immer in das Mittenband der Gitarren rein. Der große Vorteil ist da einfach, dass die Gitarren von den Mitten so klingen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber sich die Stimme immer in dem Moment, wo sie kommt, die Mittenrauss schneidet, wie so mit einem Messer in der Butter und immer dann Platz hat. Und man hat nie das Gefühl, die Stimme ist zu leise, sondern sie schafft sich immer den Weg. Das ist eine tolle Möglichkeit, was man mit einem Multiband-Kompressor machen kann. Genau, und da kannst du im Prinzip das, was man sonst nur statisch machen würde in einem Mix. Du sagst, oh, ich habe zu viel Bass. Statisch, mitten raus. Mitten raus, überall macht man das statisch. Und da hat man natürlich irgendwie an vielen Stellen auch was verloren, weil es ja nicht immer überbetont ist. Nicht immer stört. Und so kann man das quasi auf diese Momente reduzieren, wo man sagt, okay, jetzt ist der Pegel überschritten, jetzt senke ich das Band ab. Oder bandiere das. Eine Sache habe ich noch nicht gezeigt. Man kann jetzt sogar sagen, für dieses Band, wenn ich hier unten den Regler ganz nach rechts schiebe, kann ich auf die Mitte drücken. Und jetzt arbeitet dieses Band nur auf dem Mittensignal. Also es gibt Mitte und Seite. Es hat ein MS-Processing. Zum Beispiel im Stem-Mastering, dass man die Kick bei den Gitarren nur den Bass in der Mitte rausnimmt. Und nicht die Saiten und die Effekte, die dann unangetestet sind. Für jedes Band können wir das, wie gesagt, dann einschalten, ob wir das intern triggern wollen. Also wirklich von den Gitarren, die jetzt da drauf sind. Oder dass die Stimme das macht. Gleich geht mit Seite, dann wäre es jetzt nur die Saiten. Oder halt das komplette Stereo. Das ist halt hier mit diesem Expert-Modus, lässt sich das aktivieren. Ansonsten die klaren Bedienregler. Threshold, Range, Attack, Release, brauche ich nicht erklären. Wie bei jedem Kompressor. Output-Level. Na ja klar, muss man ja auch kompensieren. Genau. Oder macht ihr das auch automatisch? Gibt es das auch, dass man sagen kann, okay, lass es auf dem gleichen Level? Das gibt es nicht. Aber was es gibt, es gibt hier einen Prozent-Mischregler. Ah, immerhin. Da kann ich alle Prozesse verstärken. Parallel einsetzen? Nee, ich kann mit dem, ja, oder so gesagt, genau. Ich kann die Prozesse, die der Multiband macht, verstärken. Oder wenn ich auf Null mache, macht er gar nichts. Also wie so ein Wet-Dry-Regler nochmal. Wenn man merkt, ah, ich habe irgendwie übertrieben, ich finde es eigentlich gut, die Einstellung, geht man prozentmäßig ein bisschen runter. Cool. Also, wie gesagt, an alles gedacht, linearphasiger Modus, Mitte-Seite, Solo-Funktionen der verschiedenen Bänder, vier mögliche Kompressions- oder Expansion-Einstellungen pro Band, das ist schon sehr umfangreich. Also da kann man im Grunde alles mit machen. Ja, aber man muss sich damit ausgiebig beschäftigen, kann nicht einfach sagen, ach, ich hacke das Ding rein, probiere mal ein paar Presets aus, das geht eben nicht. Das geht nicht. Das geht in die Hose. Damit muss man sich beschäftigen. Was kostet das Ding? Oh, wissen wir gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt wieder nicht geguckt, ich bin nicht informiert. Schaut einfach in den gängigen Portalen. Genau, wir haben auch im Video, Benjamin, unten auch immer noch einen Link, einen Affiliate-Link und da kommt ihr dann in den Turm an Cyberstoren. Cool. Du müsst dann leider selber nachgucken, was das kostet. Aber die sind ja alle nicht so extrem teuer. Nee, das stimmt. Und meistens ist es auch immer schnell, die Bundles zu holen. Genau, habe ich auch damals gemacht. Das Mixing-Bundle, da hat man schon mal die wichtigsten Sachen. Und dann kriegt man auch noch einen Discount auf die weiteren Plugins, die man sich dann dazu kauft. Genau. Wenn man schon was hat. Super. Ja, vielen Dank, Benjamin, dass du heute hier warst und den FabFilter Pro MB vorgestellt hast. Was machen wir sonst noch? Ja, bitten wir wie immer um ein Like. Abo wäre auch nicht schlecht. Und dann sehen wir uns bald wieder in einem Browser deiner Wahl. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.